B&B Hotels! So Jungs, wir müssen B&B Hotels aller Ehre machen! Was denn los, Janne? Hat sie das Plutonium gefunden? Ich dachte, wir dürfen den Joghurt aus dem Mini-Kühlschrank nehmen. Oder wir haben Joghurt? Fokus! Eine intergalaktische Fußballmannschaft hat ein Spiel in Dortmund und sie werden hier unsere Gäste sein. Und? Und unser Boss Adriano Ferrari darf von nichts Wind bekommen. Ei? Ei! Was ist hier los? Ah! Lagebericht! Weitermachen! Ich werde mich für die nächsten zwei Tage im Büro einsperren und meine Mini-Lamborghini-Sammlung zählen. Ich bitte nicht, gestört zu werden! Puh! Bruder, da ist hier einfach Alien Brunaldo! Entschuldigung, ich habe das in meinem Raum gefunden. Vermisst jemand das? Ah! Dimitri! Da! Ich kümmere mich drum! Justin! Mano! Ähm, was ist hier los? Adriano! Oh, ein Lamborghini-Kontage? Da wo ich herkomme, essen wir die! Ah! Norweger! Ich wusste nicht, dass die norwegische Buchmesse gestartet hat schon! Ahaha! Hä? Weitermachen! Bruder, das war knapp! Die Norweger! Ha!